Heute seht ihr die lustigsten Momente in Minecraft. Guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Alles klar, okay. Du da drüben. Komm hier bloß nicht auf meine Seite. Komm hier auch nicht auf meine Seite. Wag es ja nicht. Du denkst du, du bist der krasseste in Minecraft, okay? Du heulsuse. Sonst weine ich, hör auf damit. Du heulsuse. Okay, okay, wenn ich hier gewinne heute, dann werde ich tanzen. Na gut, na gut, na gut. Pass mal auf. Das Ding ist, wie gesagt, wer zuerst hier Diamant findet, der hat auf jeden Fall gewonnen. Und wir dürfen den Kreis nicht verlassen. Der ist der bessere Minecraft-Spieler. Der ist der bessere Minecraft-Spieler. Und den musst du in Minecraft installieren. Gar nicht. So, ich kann jetzt schon mal anfangen, meine Crafting-Bench zu machen, auf entspannen. Ich sag dir, ich bin zehnmal schneller als du. Zehnmal schneller als ich? Du sprichst hier mit einem alten Minecraft-Gott. Ja, du sprichst hier auch mit einem alten Minecraft-Gott, wenn ich nur so gesagt habe. So, guck mal, ich kappel es hier schon direkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ich habe direkt schon meine Holz-Spitzhacke, ja. Und jetzt bei mir schön mal irgendwie... Du willst das alles so richtig wissen heute. Ich merke das schon. Ich werde es heute auf jeden Fall wissen. Du bist ausgeschlafen heute. Ich bin heute auf jeden Fall mehr als ausgeschlafen. Was ist? Komm noch! Hau ab! Ey, wenn du den Kreis verlässt, du gehst automatisch drauf, wenn du ihn verlässt. Ich weiß, ich weiß. Deswegen ist es ganz gefährlich, hier dran zu stehen. Ich will es gar nicht ausprobieren. Das ist zu gefährlich. Na gut. Das ist doch voll lange noch Erde hier. Das Ding ist, wir haben nur einen Baum hier. Was euch nur gesagt haben. Ja, also ich weiß ja nicht. So Anfänger wie du, die haben vielleicht mit einem Baum Probleme. Aber so Profis wie ich. Ja, genau. Ja, was? So Profis wie ich schaffen, das ist easy. Gar kein Problem. Guck mal hier, ich habe jetzt schon mal die ersten Teile. Die werden erstmal schön hier gesammelt. Also ich hole mir jetzt als allererstes Stein. Weißt du noch, auf welcher Höhe man Diamanten findet? Ich glaube so 11 oder so war das. Eisen! Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Direkt Eisenerz. Als ob du jetzt Eisenerz gefunden hast. Aber ich habe heute schon mal einen Baum abgebudelt. Du bist hier direkt schon in der Erde. Du bist hier noch bei deinem einen Baum. Ich habe schon eine Eisenspitze. Guck mal, ich habe jetzt hier, guck mal, mein Baum muss erstmal weggemacht werden. Das geht darum, wer zuerst Dias findet. Ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. So, ich mache jetzt hier schon ein bisschen mein Strip Mining hier am Start. So, okay, mit deiner krassen Methode. Was hast du denn? Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall Eisen gefunden und grabe ja nicht in mein Tunnelsystem rein. Ich werde dich ab und zu trollen. Das ist dir schon bewusst. Dann komme ich vielleicht in dein Tunnelsystem rein und dann wirst du auf jeden Fall sehen, dass du das jetzt auf jeden Fall bist. wenn man rumsneakt, dann siehst du mich gar nicht. Ja, dann sehe ich den Namen nicht. Das stimmt. Hab ich mit gerechnet. Hab ich mit gerechnet. Du haust ab jetzt. Guck mal hier rüber, Kollege Schnüsch. Trau dich doch. Du haust ab. Du haust ab, du. Okay, okay. Sonst mache ich den hier mit dir. Ja, hau rein, dann hacke ich dich weg. Dann hacke ich nämlich weg. Na gut, na gut, na gut. Also ich habe schon eine Eisenspitzhacke gleich. Hast du auch schon eine? Ja gut, du hast jetzt schon mal die Möglichkeit, dir den Mann zu holen, sozusagen. Ich könnte mir jetzt schon, wenn ich jetzt dir, guck mal, ich krab mich jetzt gerade nach unten, würde ich jetzt dir das finden, dann habe ich einfach schon gewonnen. Dann ist das Video einfach schon vorbei. Das wirst du aber nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen, weil es wird ab und zu Lächalisch. Eisen. Oh. Nein. Wo kommt das denn her? Das Ding ist dir so schon bewusst, dass wir quasi, wenn der erste Diamant gefunden hat, man hat danach noch zwei Minuten Zeit, sich kurz Sachen zu craften, und dann machen wir halt ein Eins gegen Eins. Das ist ja schon bewusst. Okay, okay. Bin ich ja mal ganz gespannt. Ich werde auf jeden Fall vorher die Dias finden. Also das sagt dir, wenn du jetzt halt Dias findest, und ich habe dann schon in der Zeit voll viel Eisen, und ich habe dann so Eisenschwert und so. Ja gut. Ob das so schlau ist? Ja, da hast du recht. Da könntest du trotzdem gewinnen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist für dich. Ich möchte ganz ehrlich sagen. Kohle. Oh, wichtig. Oh, Kohle ist wichtig für Öfen. Kohle nehmen wir auf jeden Fall. Vor allem auch für Fackeln später, wenn es dunkel ist. Das ist, und für Fackeln auch. Müsst du da gucken, dass ich hier mein System jetzt nicht zu verwirrend mache. Also dein System ist, glaube ich, ein ziemliches Loser-System. Mein System ist perfekt. Da ist auch noch Eisen. Hab ich auch noch übersehen. Fast übersehen, das Eisen hier oben. Also bei mir läuft es schon mal gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Ich weiß ja, ich muss sagen, ich bin auch gerade echt sehr zufrieden. Das heißt, hier geht es noch mal ein bisschen weiter nach unten. Hier geht es schon nach unten. Du grebst komplett in die andere Richtung, die ich runter habe ich gerade gesehen. Ja, ja, ich grabe auf jeden Fall in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wo du dich gerade hin grebst, aber ich grabe auf jeden Fall in die Gewinnerstadt. Ja, ja. Du wirst das schon sehen. Ja? Und du bist in Kohle. Kohle wäre jetzt gerade echt nicht schlecht. Hier ist schon wieder Erde. Warte, wenn ich jetzt hier eine Höhle finde. Okay, mal gucken. Hier nochmal Eisen rausnehmen. Sehr gut. Ich kann mir jetzt schon ein Dingskräft, eine Eisenspitzhacke. Wieso? Sag so, okay, ich sehe es gerade schon. Okay, Eisenspitzhacke, alles klar. Kein Problem. Ich crafte mir mal ganz kurz was. Ey, du hast das zugebaut über mir. Was meinst du? Das habe ich genau gesehen jetzt. Was meinst du denn? Das ist unfair. Was ist los? Was ist los? der baut hier einfach zu, Was, dass das Easy wird, hat hier keiner gesagt. Was ein Prängel, Alter. Das Easy wird, hat hier keiner gesagt. Wo ist denn deine Craftingbox? Also, das ist nicht dein Ernst. Was ist das? Also, Ressourcen-Clown. Suchst du die hier? Ja. Suchst du die? Weg da. Nein. Geh weg von der. Geh weg von der. Ohne Spaß, okay. Du wirst das noch bereuen. Ich sage, du wirst das noch bereuen. Also Leute, ohne Spaß jetzt hier. Das ist echt gerade unfair. So, ich hole mir hier mal das nächste Holz. Okay, hol dir ruhig jetzt das nächste Holz. Ich mache mir schon mal mein Oben jetzt hier hin. Ich habe, dir ist halt aufgefallen, wir haben jeder nur zwei Bäume. Das heißt, Holz wird irgendwann eine Knappheit werden. Holz wird echt eine Knappheit werden. Ja. Dass ich mir vielleicht ein bisschen was von deinem Holz klauen werde, wenn du nicht aufpasst. Na gut, wenn du so sagst, dann baue ich hier schon mal meine kleine Wand zu dir. Wie eine Wand? Dass du hier nicht mehr rüberkommst. Willst also Stress, ja? Ja, ja. Willst also wirklich Stress? So, du kannst dich auf jeden Fall jetzt erstmal hier schön in Ruhe lassen. Na gut. Kein Problem. Also, wenn du noch einmal hier auf meinen Grundstuhl rufst, dann kommt mich wirklich Ärger. Wenn du noch einmal auf meinen Grundstuhl... Hast du verstanden da drüben? Ja, ja. Selber verstanden. Auf jeden Fall. Ey, das ist ja echt nervig. Ich habe so ein gutes System ingebaut, ne? Also wirklich dein System. Und du machst das hier kaputt. Da lachen die Leute in den Kommentaren doch drüber. Nix, nix, nix. Okay. Guck mal gerade hier unten. Ja, sehr gut. Ja, nämlich gerade. Ich gucke mal hier weiter. Ich kann hier auf jeden Fall schon Fackeln jetzt ransetzen. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Du hast so ein Glück, dass du gerade Kohle gefunden hast, ne? Das ist halt echt dein Glück. Weißt du was? Du hast übelst viel Eisen, ne? Ich würde ein bisschen Kohle gegen Eisen traden. Äh, wie viel Kohle hast du denn? Ich habe noch zehn Kohle jetzt. Zehn Kohle? Wie viel Eisen brauchst du? Jetzt habe ich sogar noch mehr. Jetzt habe ich neun. Ich würde alles an Eisen nehmen, was du mir geben würdest für neun Kohle. Ich habe aber leider nur drei Eisen. Die würde ich nehmen. Drei Stück auf einmal. Ich würde deine kompletten drei Eisen nehmen. Ja, nee, das macht ja keinen Sinn. Da finde ich ja schneller Kohle als Eisen. Hä? Weil ich total schnell Kohle finden kann. Aber hast doch gar keine Ahnung, wann man was findet. Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen. Und nochmal eine Kohleader. Tja. Echt. Also echt. Und nochmal. Ich mache dir ein neues Angebot. 15 Kohle für deine drei Eisen. 15? Aber so viel brauche ich doch gar nicht. 15 Kohle ist schon fast. Ich brauche höchstens so drei Kohle oder so. Ich kann dir ein Eisen geben. Wo sieht man nochmal die Höhe? Auf F3. Ich bin jetzt gerade Höhe... Oh, ich bin Höhe 35 jetzt gerade. Eisen. Oh. Nein. Das ist natürlich belastend. Jetzt hast du leider keine Druckmittel mehr. Oh, das waren noch zwei. Ich habe noch die Kohle, die du haben kannst. Ach ja, stimmt. Ich brauche Kohle. Du kannst halt auch dein Holz verbraten, aber ich sage mal so... Oh mein Gott, noch mehr Eisen. Sehr gut. Wichtig, Leute. Wo sehe ich meine Höhe? Du musst mir das mal verraten hier. Ich habe das vergessen. Nö, das verrate ich dir nicht, weil du eh mal ein Grating benscht. Noch mehr Eisen, Leute. Was geht denn jetzt? Wie kann man so... Wie viel Eisen hast du denn? Oh mein Gott, Alter. Wenn ich einmal Kohle finde, du bist vernichtet. Wenn ich dann direkt dir Mann finde, dann werde ich dich direkt holen, ne? So. Oh, hier kommt Erde. Erde heißt immer, dass Dias in der Nähe sind. Ich weiß das. Nein, nein, nein. Das heißt es nicht. Doch, doch, doch. Du hast keine Ahnung. Oh mein Gott, Kohle. Nein. Okay, Leute. Wichtig und richtig. Jetzt muss ich ein bisschen zusehen. Oh mein Gott. Schön die Kohle, Freunde. Da ist meine Hünge. Ah, jetzt habe ich sie. Okay. Aber wir machen ohne Eisen klauen aus dem Dings, ne? Das sagt keiner. Also wir haben ja gesagt, ohne Regeln, der zuerst drauf geht, der geht zuerst drauf. Okay. Okay, merke ich mir. Ja, merke ich mir. Alles gut. Ja, ja, okay, okay. Also Kohle werden wir nicht von dir brauchen. Ich habe gerade eine richtig dicke Stange hier. Kannst du mir nochmal sagen, auf welcher Höhe findet man Dias nochmal? Das weiß ich auch nicht mehr. Nö, das verrate ich dir jetzt nicht. Also ich weiß es schon, so zwischen 8 und 11 ist so das Beste. Aber ich werde dann mal ganz kurz hier, da. Den habe ich nämlich hier am Start, Leute. Ui. Bin ich von da gekommen? Ich fange mit der Stripfarm an hier. Okay, dann fang du mal an. Ich bin auf der richtigen Ruhe, ne? Ich mache jetzt hier nämlich was Schönes hier in die Ecke. Oh. Okay. Kein Problem, dass der Stripfarm lang ist. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich Dias finde hier jeden Moment. Mach ruhig, ne? Ich meine, wenn du schon bereit bist für den Kampf. Also ich glaube, ich finde hier gleich Dias und dann werde ich erstmal auf ganz entspannt. Was ist denn das? Oh, und noch mehr. Und noch mehr Eisen. Ah. Ja, wir werden gleich sehen. Alter, direkt eine dicke Ader. Ja, so ist gut schön. Ja, wir werden gleich sehen, Kasper. Eisen ausrüstet hier. Zack, so. So, komm, jetzt kommt das hier nochmal rein. Das hier nochmal rein, Leute. Und hier nochmal ganzes weg machen. Der kommt. Weil das Ding ist Stein, werden wir ja genug haben. Noch mehr Eisen. Ich glaube es ja nicht. Wie viel Eisen bekommt der bitte? Noch mehr Eisen. Und hier ist ein Höhlensystem mit Lava. Was? Bitte Dias, bitte Dias. Okay. Dias! Oha! Direkt Dias! Was? Alter! Was? Das ist heftig, das ist heftig. Wie viele, wie viele? Einer nur. Ja, okay. Das Ding ist, jetzt startet, das Problem ist, jetzt startet aber ein Fünf-Minuten-Timer. So, der Timer geht los und zwar jetzt. Fünf Minuten startet jetzt. Okay, okay. Und jetzt hast du quasi Zeit, noch mehr Dias zu finden oder halt deine Sachen ready zu machen. Okay, okay, okay. Ich bin gespannt. Und, äh, ich sag dir, du musst auf jeden Fall, oh Gott, das war, nein. Ich sag dir mal eine Sache, mein Freund. Was denn, ne? Du wirst hier nicht ein Dias finden heute. Ja, aber wer hat gesagt, dass ich Dias brauche? Ist halt die Frage, ne? Ja, weißt du, jetzt macht er den. Jetzt macht er den. Ja. Ich glaub's nicht. Jetzt macht er den Rückzieher. Wieso Rückzieher? Ich bin ja... Es ging darum, eine Challenge hier zu machen, wie viele Dings man findet. So, ne, die Challenge ist es, also in einem Kreis am längsten zu überleben, ne? Das ist halt das, das ist die Challenge. Keine Sorge, ich werde noch mehr Dias finden. Ja, okay, mach ruhig, ne? In der Zeit, mach ich jetzt schon mal ein bisschen was ready. Was meinst du? Kann man Dias und Eisen kombinieren irgendwie? Man kann... Nein, 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 nein. Dann kann ich Dias und Eisen kombinieren. Es ist noch mehr Eisen, jetzt hab ich hier locker 100 Eisenbarren. So, hier nochmal was rein. Hier nochmal was rein. Okay, ich hab jetzt hier schon mal ein bisschen was am Start. Kein Problem. Die ist so eine Ölspinne, die nervt. Hau ab da! Die greifen mich an, aua! Sehr gut, sehr gut. Mach ein bisschen Action, Leute. Nein, ey, verdammt. Zack. Jetzt killt die mich fast. Ey, wenn ich jetzt die Lava fahre, dann ist es abzweck, ne? So, jetzt können wir hier schon mal das Neue machen. Das geht noch nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall, Leute. Wenn ich das gleich habe, dann bist du auf jeden Fall vorbei. Wie viel Zeit ist noch? Wir haben noch 3 Minuten 38. Okay, genug Zeit, genug Zeit. Hier nochmal, ich brauche mehr Dias. Ja, sagst du jetzt, ne? Ich brauche mehr Dias. So, das war jetzt gerade wieder wichtig, Leute. So, hier ist noch was drin. Sind da noch welche versteckt oder so? Hier ist auch noch was drin. Oh mein Gott. Okay, hier ist ja gleich fast durch. Noch mehr Eisen, Alter. Hier ist so viel Eisen, unglaublich. Oh mein Gott, du wirst gleich von mir geholt werden. Also, ich sage dir mal eine Sache, du hast keine Chance gegen mich. Nee, du hast keine Chance gegen mich. So, ich habe jetzt alles hier durch. Okay, jetzt gehen wir schnell nach unten, Leute. Vielleicht finden wir in der Zeit nochmal Diamanten. Drei Minuten 9. Ja, wahrscheinlich findest du in den nächsten 10 Sekunden nochmal Diamanten. Ja, ja, klar. Warum nicht? Das glaub ich ja selber nicht. Warum nicht? Hä, seit wann ist das so, dass man immer das Eisen rausnehmen muss aus dem Ofen, damit das weiterbrennt, das nächste? Äh, ist glaube ich neu geworden. Also, ich weiß gar nicht. Eigentlich nicht. Ich höre neben dem auch eine Höhle so neben mir. Ist das die, in der ich gerade drin bin oder so? Nein, nein, glaube ich nicht. Never. So, welche Höhe bin ich jetzt? Ich bin Höhe 28, muss noch ein bisschen weiter. Ich mach dir mal die multiple Ofen-Farm. Ja, okay, okay, okay. Mach mal ruhig deine Ofen-Farm da hinten. Ja, das brauchen wir jetzt auch. Du willst sehen, dass, äh, das wird jetzt für dich sehr, sehr doof werden, muss ich sagen. Aha, okay, dann bin ich ja mal gespannt. Hier nochmal ein paar Öfen. So, dann gehen wir noch ein paar Öfen raus. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, ich höre einen Zombie. Ich höre einen Zombie. Hier ist irgendwo ein Zombie. So, rein damit. Da? Hier teilen wir auch auf. In die Richtung. Hier ist ne Höhle. Wieso? Hier ist ne Höhle. In der Höhle, dann sag mal. Ich hab Angst, dass ich da jetzt sterbe. Das wäre jetzt unvorteilhaft. Ein Zombie. Eisen, Kohle, Farm. Okay, pass auf. Jetzt können wir immer Eisen farmen. So, zack, zack. Naja, mach du mal, mach du mal. Farm du mal dein Eisen. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ich frage mich jetzt gerade, was das hier für ne Höhle ist. Oh mein Gott, das ist ein Creeper. Das sind zwei Creeper. Skelette. Oh mein Gott. Ja, pass auf, dass du nicht stirbst bei denen. Die sind okay. Ich weiß, wie viel Zeit habe ich noch? Eben noch 1,47. Das könnte. Naja, das wird sich wahrscheinlich lohnen, Leute. Das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Sehr, sehr knapp werden. Okay, so warte mal. So, pass auf. Ich muss jetzt schon bei einer Zeit andere Entscheidungen treffen, die wichtiger sind. So, okay. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen was am Start. Denk dran, dass du dir auch Rüstung machst, ne? Wie viel Zeit hast du noch? Äh, ich hab nicht mehr so viel Zeit. Also wir haben jetzt noch 57 Sekunden. So, aber du wirst jetzt gleich sehen. Ja, was denn? Das, äh. Oh Gott. Du wirst gleich sehen. Was ich hier mache. Ja, ich bin mal, also angeblich, du callst ja die ganze Zeit so krasse Sachen, aber ich glaub nicht, dass du da was krasses hast. Ja, doch, doch, doch. Du wirst schon, das wirst du schon gleich bemerken. Zack. Oh, jetzt wird langsam mein Eisen knapp, muss ich sagen. Ja, das ist natürlich belastend. Also ich muss sagen, der Timer klingelt um 19 Sekunden, ich bin auf jeden Fall jetzt gerade schon mal mega bereit. Ja, die 19 Sekunden nutze ich noch aus. Die 19 Sekunden nutze ich noch aus. Okay, dann nutze ich mal aus. Mach ruhig warten. Mach ruhig, mach ruhig. Ich hab hier schon, äh, tack, oh nein, es regnet. Mach kurz das Wetter weg. Jo, so, sehr schön. Ich bin ready. Ich bin ready. Okay, Timer hat also auch geklingelt. Timer ist vorbei. Ja, sehr gut. Ich komm hoch, ich komm hoch. Ja, komm ruhig hoch. Du wirst gleich schon sehen. Okay. Du wirst gleich schon sehen, Kasten. Ich komm, ich sag mal nur so, ich komm als Sieger da jetzt hoch. Na, mit dem Diamanten in der Hand. Als Sieger. Okay. Also ich hab jetzt auf jeden Fall hier schon mal, äh, was am Start. Was hast du? Ich weiß, was du am Start hast, das hab ich nämlich auch. Wieso, was hast du am Start? Ich denke, das ist mit Heimann. Nein. Doch. Nein. Ich kenn dich. Nein. Ich kenn dich. Okay, okay, okay. Denk mal nicht, dass ich so nicht vorbereitet bin, Bro. Ich bin hier nicht der Lieblis in Minecraft. Aber danke für die Idee. Du hörst auf. So, obwohl. So, aufhören, aufhören am Weg und sag, ich komm rüber jetzt. Ich komm rüber jetzt. Das glaub ich nicht. Was hast du denn da für eine Base gebaut? Wieso, was für eine Base? Was hast du denn da für eine Burg gebaut von oben, Alter? Was soll das denn werden? Weiß ich, was du meinst. Ah, hau mal ab da, Kollege. Hey, wir haben gesagt, noch nicht anfangen. Doch, die Zeit ist um. Geht schon los? Hau ab jetzt, hau ab. Du bist wohl stressed, Kollege Schnürschuh. Du bist stressed, komm her. Hau ab da. Ich bin schon voll dir. Weg da mit dir, hau ab. Hau ab. Nein, 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 nein. Oh Gott, bist du da echt tot, oder was? Wohin, 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 wohin? Da denkt der, er kriegt den High Ground, ne? Ja, ja. Hau bloß ab. Hätten wir jetzt Bögen mehr auf dem Schluck. Hier. Ja. Bam, bam, bam. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Du verlierst. Du verlierst. Du verlierst. Du verlierst. Du verlierst. Wohin hattest du noch? Ich hatte noch fast full. Alter. Hä? Wie, du warst fast full? Ich war fast full. Du warst ja übelst schlecht. Ey, nein, Freunde. Ah, hier ist nur noch ein Grabstein, auf dem ich tanze. Hey, ah, Mann. Ah, gut, okay. Mann. Was war? Hallo, was geht ab? Bist du bereit für das krasseste Lucky Block Rennen, was du jemals gesehen hast? Ja, bin ich und ich mache direkt einen auf. Was hast du? Oh, ein Spaten. Okay, eine Schaufel. Ich habe ein Enderdrachenei. Halt mal kein 3. Ein Enderdrachenei? Ach so, so eins nach oben. Guck mal, jetzt ist es da oben. Jetzt ist es da oben. Und jetzt ist es hier. Oh mein Gott. Wer muss das? Jetzt war es bei mir. Es ist runtergefallen. Nein. Ey, glaubst du, wenn man runterfällt, verliert man seine Sachen? Ja, deswegen musst du auf jeden Fall aufpassen. Also entweder behält man das Inventar oder man verliert das Ganze. Okay, ich mache direkt den nächsten Lucky Block auf. Oh, tja, Kollege. Wieso, das hast du bekommen? Die Erfahrungslaschen. Ich habe einen Akquisator bekommen. Was soll das denn sein? Was ist denn das, Alter? Das kenne ich ja gar nicht. Okay, machen wir die nächste Kiste auf jetzt hier. Oh nein, Creeper. Au. Nein. Hilfe. Hilfe, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Guck mal mich an. Ja. Ich baue es hier rüber und ich haue dich dabei noch. Ja, ey. Okay, das merke ich mir. Das merke ich mir. Nichts drüber bauen hier. Das ist verboten. Ja, ja, ja. Ist okay. Okay. Außerdem hier, Team Rot. Weiter, ja. Weiter, weiter. Alter, ich habe gerade Gold bekommen, ne? Ich habe ein Schwert bekommen. Ja. Die Falle. Nein. Die Falle. Nein. Und ich gucke dir dabei auch. Hilfe. Hilfe. Hopp, hopp, hopp. Okay, mach recht. Das ist Absidien, ne? Das geht gar nicht. Ja, leider. Nein. Und ein Herz und, oh nein, ich bin da trinken, Leute. Tja, selbst schuld. Ich baue mich hier direkt mal weiter durch. Erdblöcke. Wieso denn selbst schuld? Hier haben wir nichts gemacht. Gold Äpfel. Was? Gold Äpfel. Aber ich habe meine Erfahrungspunkte behalten. Also alles entspannt. Ja, aber Gold Äpfel. Ey, ich kriege nur blöde Sachen gerade. Hau ab, du wieder Schleim. Wie stark ist die Schaufel? Die ist One-It. Das hast du. Lol. Lol, ich habe eine, was habe ich? Eine Lucky Pickaxe mit Glück 3, Halbbarkeit 3 und Effizienz 5. Ey, wenn du jetzt die Blöcke öffnest, dann bekommst du immer so krasse Sachen, ne? Glaubst du ehrlich? Okay, pass auf, werden wir jetzt ja sehen. Wow, sieben Eisenklumpen. Okay, mache ich mal ganzes Eisen. Aber das geht gar nicht so. Hör mal, um aufzubauen. Hör auf damit. Was willst du? Hör auf. Aua, hör auf. Machen wir jetzt den nächsten Nackenblock auf. Okay, mach du auf. Okay, okay, okay. Ich bin mal gespannt, was hast du da drin? Und? Erdblock. Erdblock. Und was kriege ich? Oh. Kühe. Kühe. Das Gute ist, jetzt habe ich Glück. Oh, Rüstung. Ich habe schon mal eine Goldhose. Ja. Jetzt habe ich gleich. Guck mal, ich habe jetzt hier genug Essen. Ja, und gebraten ist das Fleisch sowieso nicht. Ich habe zwölf Rindfleisch hier, ne? Wow. Hör auf, was Glas kaputt zu machen. Ich habe zwölf Rindfleisch. So, mal gucken. Was habe ich hier drin? Oh, guck mal. Hast du? Okay, okay, okay. Es geht langsam los. Ein Eisenhelm. Das hier, zack, 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 zack. Bringt dir doch gar nichts. Erfolg für Erfahrung. Wie viel du bekommst. Wie viel du bekommst. Durch Glück, Alter. Alter, ich habe 41 Mark. Wenn jetzt ein Villager kommt, dann hast du krassen Sachen mit dem Trait. Dann wirst du das bereuen, was du gerade gesagt hast. Oh nein, ein Dropper. Ein Dropper, ein Dropper, ein Dropper. Ein Dropper. Au. Jetzt. Nein, das ist ein Dropper. Aua. Okay, du hast recht. Aua. Du musst immer Schritt für Schritt darunter. Hä, das ist ja Wasser. Alles entspannt. Ja, ach was. Da hätte man reinspringen müssen. So, warte, ich muss kurz Rindfleisch essen. Oh, hier geht es weiter. Hier geht es weiter auf jeden Fall, Kollege. Und wir machen am Ende auch ein Battle. Das ist dir schon bewusst, ne? Du wirst voll drauf gehen. Kollege, das wird das Battle, was du verlieren wirst. Das wollte ich nur mal so sagen. Liegt's da. Also komm doch nochmal hier. Ja, logisch. Ja, ich mache auf. Und? So, ich mache auch auf mit meiner Lucky Pickaxe. Oh mein Gott. Ich glaube, die ergreife ich lieber nicht an, oder? Ähm, schlag mal einen. Ne, 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 ne. Ich schlage auf gar keinen Fall ein. Ich haue einen. Okay, muss ich nur aufpassen. Nein, ich bin so blöd und fein runter. Oh mein Gott, guck mal. Ich habe Sprinten und Sneaken vertauscht. Ehrlich? Alter, weißt du, was ich jetzt gerade bekommen habe? Was hast du bekommen? Eine Diamante-Brustplatte. Nein. Wieso bekommst du sowas? Was war das denn? Ich habe schon wieder mein Glas kaputt gemacht, ne? Ohne Spaß. Ey, ich brauche nur einen Villager und du hast verloren. Oh. Was du verloren? Du weißt doch gar nicht, was du da kaufen kannst. Oh, das ist aber schon ein Schwert, hast du, ne? Habe ich gar nicht. So, mach mal auf jetzt hier. Ah, 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 ah. Oh Gott. Jetzt brennt es mal wieder alles ab, ne? Oh, ich habe auch ein Eisenschwert. Tja. Oh, noch eine Suppe. Tja, was habe ich hier noch? Komm schon, willst du mehr Glück jetzt hier wieder? Oh, was ist das hier? Eine Audio-Platte. Eine Schallplatte. Ja, da, da, da. Hey, warum hast du direkt eine Eisenhose? Oh mein Gott. Auch die Golems. Oh mein Gott. Drei Diamanten. Ich habe drei Diamanten. Ich habe auch. Ich habe auch drei Diamanten bekommen hier. LoL. Entschadet ein Schwert mit Schärfe 3. Nein. Oh mein Gott. Die Stierangriffs-Damage. Wie viel Attack-Damage? Das hat einfach neun. Das heißt, das normale hat sechs und das hat neun. Oh Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Donner. Oh mein Gott. Donner. Oh, ich brenne. Ja, los, ihr Golems. Greifst ihn an. Ja. Ich brenne. Du sollst mich angreifen. Ja, selbst schuld. Selbst schuld. Das hast du davon. Okay, merke ich mich auf jeden Fall. Ich mache jetzt die mal wieder auf. Was ist das denn? Du zaubertest Dia-Schwert. Neun Eier. Wow. Ich habe ein Dia-Schwert. Du hast ein Dia-Schwert? Hm. Oh mein Gott. Ich habe den Channel Dia-Platte. Schutz 4. Schutz 4. Oh nein. Supermins. Verflucht das. Ich habe den Fluch des Verschwindens. Ey, das Ding jetzt. Ich glaube, ich muss meine Eier jetzt einfach ganz auf den Boden werfen. Was bringt dir denn so ein Hühnchen? Das bringt dir doch jetzt gar nichts. Es ist auch einfach keins rausgekommen, Alter. Sag mal, Kollege. Hast du es mal geschafft? Oh mein Gott. Ich habe noch eine Dia-Platte. Hä? Oh mein Gott. Das geht hier weiter. Jetzt sieh mal ein bisschen zu. Ich habe einfach drei Dia-Platten. Das ist voll blöd. Du willst das so. Oh mein Gott. Ich würde dir eine Dia-Platte gegen einen goldenen Apfel tauschen. Lass uns das mit down. Nix da, Alter. Oh mein Gott. Was ist das? Ein scharnes Buch mit Reparatur 1. Wow. Hau ab jetzt. Hallo. Wir machen noch keinen Fight. Ja. Und gib mir meine... Ne, gib die jetzt her. Das zählt nicht. Gib die jetzt her. Ich kill dich. Gib die jetzt her. Ich kill dich. Was meinst du denn? Gib her jetzt. Was meinst du? Du sollst hier eigentlich gar nicht hingehen können. Du sollst hier eigentlich gar nicht abbauen können. Was meinst du? Gib dir jetzt her. Was habe ich denn von dir? Du hast die Schuhe. Hier gib jetzt her. Ich komme jetzt wieder rüber. Unglaublich. Da hast du sie da selber schweigen. Hier, nimm doch. Ja, da. Und als Entschuldigung. Hier gibt es eine goldene Hose. Eine goldene Hose? Mhm. Okay. Ja, danke. Tut mir leid. Ja, ich wollte dich klauen. Ich habe zauberten Helm. Oh mein Gott. Mit Schutz fünf. Was? Okay, das ist krass. Das ist echt krass. Mal gucken. Ich mache jetzt auch mal die nächste Kiste auf. Nein. Nein, nein, nein. Ich muss hier schnell ausbuddeln. Komm schon. Was ist da? Oh mein Gott. Das war... Oder? Verdammt. Ja, noch ein Geld. Verdammt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das ist ein normaler Jasper. Oh mein Gott. Ich wäre gerade fast draufgegangen. Ich war in so einem Eisblock einfach da drin. Da würde ich mal ein bisschen aufpassen, wenn ich du wäre. Und schon wieder ein Eisblock. Das kann nicht sein, aber jetzt habe ich Lucky Pickaxe. Schöne mal auch auf. Schöne Suppe hier bei mir. Lecker. So, ich habe ohne Hose. Oh nein, was ist das denn? Wasser. Mit Diamanthose. Mit Exzessorschutz. Du kriegst ja schon volle Dia-Rüstung. Ich habe gleich volle Dia-Rüstung. Das finde ich voll unfair. Und Diamantschuhe. Mit was? Mit Schärfe. Oh mein Gott. Ich habe die krassesten Boots. Dornen 3, Federfall 4, Wasserläufer 3, Hyperfall 3. Oh mein Gott. Wieso kriegst du sowas? Ja, weil du Karma jetzt gerade kassierst. Oh, ich habe mal... Du bist ja noch voll dahinten, Bro. Du sprintest wie so schnell, Bro. Gar nicht. Das geht doch voll lange. Ich muss jetzt noch... Aua, 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 aua. Oh nein. Ich wurde gestochen. Alter, ich muss hier... Cookies. Cookies sind wichtig, Leute. Cookies sind wichtig. So, ich mache den nächsten Lucky Block auf. Mal gucken. Oh nein. Nein, nein, nein. Obsidian. Raus, bitte. Oh Gott, bitte. Lass mir das überleben, Kollege. Lass mir das überleben. Aua. 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 Ja. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Hä? Ich gehe trotzdem drauf. Doch nicht. Ich gehe drauf. Och nee, ich bin auch ertrunken, Leute. So, ich bin wieder zurück. Okay. Ich auch, ich auch, ich auch. Was geht bei dir? Oh mein Gott, das ist... Hä? Oh nein. Ich habe einen Diablock bekommen. Nein, ich habe nachtsig bekommen. Oh mein Gott, ganz wie Gold. Ich habe einen Diablock bekommen. Und Goldblock und Eisenblock. Hä? Ich auch. Hä? Das ist ja mega cool. Okay, das nehmen wir mit. Jetzt haben wir hier das nächste Ding. Nein, ich brenne. Aua. Wie komme ich jetzt hier rüber? Wasser, Wasser, Wasser. Wie komme ich da jetzt rüber? Ich brauche irgendwie Schnee... Ich brauche hier Erde, Erde, Erde. Naja, du brauchst auf jeden Fall Erde. So, warte mal. Jetzt hier schön aufmachen. Ich habe jetzt hier eine goldene Pferderüstung. Also, ich bin gespannt, dass ich hier für Ausrüstung jetzt hier Mitarbeiter bekomme. Wow, eine Pferderüstung. Wie toll ist das denn? Goldene Karotten habe ich jetzt, ne? So, weiter geht es. Ich habe hier raus Kekse. Okay. Komm schon, hier nochmal. Wo geht es hier weiter? Lol. Noch eine weitere Schaltplatte. Warte, ich komme. Ich bin jetzt neben dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Jump and Run. Oh mein Gott. Wie soll man das denn schaffen? Hast du genug Blöcke? Okay, ich glaube... Ey, wir können rüberspringen einfach. Goldhose. Alter, ich sehe gerade, das Ding ist bringen mir neun Diamanten, Alter. Oh mein Gott, ich habe zwölf Diamanten, Bro. Wieso hast du so viele Dias? Tja, Alter. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Wir müssen das abbauen. Ja, wir müssen das abbauen jetzt hier. Oh nein. Den Sprung schaffen wir nicht. Verdammt. Wo bin ich? So, zack. Hä? Ich habe einfach nur ein Obsedien reingemacht, wenn ich... Hä? Ohne Wasser. Hä? Was machst du denn da? Ich baue das hier ab. Ich habe Angst vor dem Sprung hier. Du kannst doch einfach rüberspringen, du Angsthase. Ja, mein Gott. Ja, ich habe halt ein bisschen Angst davor. So, komm schon. Noch eine Pferdrüstung weg damit. Oh mein Gott. Schärfe Dreischwert. Ja. Was? Okay. Nein, mir sind Blöcke runtergefallen. Ich muss jetzt hier irgendwie mich runtergraben oder sowas. Na, hier ist so Erde. Ich muss mich jetzt hier irgendwie durchbuddeln, weil anscheinend ist mir jetzt hier irgendwie in der Erde... Oh Gott, ich fall schon wieder runter. Hast du runtergefallen? Ja, Mann ey. Tja, ich bin jetzt hier schon beim nächsten. Mann, jetzt muss ich mal zusehen hier. Ja, was soll denn alles? Gut, während du jetzt hier gerade anscheinend nochmal zurückgekommen musst, ich kann jetzt hier richtig viel Stein abgraben, dass ich gleich richtig viel Stein habe. Das Ding ist, mir fehlt nur so ein bisschen Holz, weil jetzt kann ich hier gleich schon mal einen Ofen rausmachen, falls wir gleich nochmal Erze bekommen. Ich dachte, diese Diamantspitzhack ist so krass, ne? Die ist so krass. Ja, okay, Bro. Wirklich okay. Die hätte man... Die hätte ich auch gerne gehabt. Die war richtig okay direkt am Anfang. Ich mache schon mal den nächsten jetzt hier auf. Wasser? Hä? Überhaupt. Warte mal. Warum in den... Wo in den Dingern? Warum in den Holz? Oh mein Gott, ganz viel Milcheimer. Für Gift. Da, ich sehe deinen Namen. Endlich kommst du mal. Ja, hat er... Ey, Bro, wie soll ich mich hier runtergraben? Ich habe keine Spitzhack... Ah, okay, es geht auch so. Ja, okay. Dann machen wir aufwärts die Blöcke. So, weiter. Ja, Dias. Dias, was? Gibt es noch Erde? Erde. Okay, jetzt geht es ja nach unten. Jetzt haben wir den nächsten Spawnpunkt jetzt hier. Zack. Jetzt sehen wir uns hier schon, ne? Alter. Hey, auf dich immer rüberzugraben. Lass das. Bleib auf deiner Seite. Ja, ist ja gut. So, mal gucken, was habe ich hier? Oh, ich habe Obsidian-Blöcke. Voll viele gerade bekommen, ne? Oh, Eisenschuhe, wichtig. Oh mein Gott, ich habe einen Zepter. Ja, einen Zepter? Ein Dreizack, ein Dreizack. Hier, die sind viel besser, die Schuhe. Oh, Goldäpfel. Ja. Au! Oh mein Gott. Was brennt das? Oh mein Gott. Aua, Alter, hab ich drunter schlaufen. Auf einmal brenn ich. Oh, was? Als wenn du das bekommen hast. Oh mein Gott. Ein Villager. Oh mein Gott. Ich kenne, bevor du mit dem trainen kannst. Ja. Hä, wieso? Das ist doch auf deiner Seite, du Idiot. Ja, aber trotzdem kann es sein, dass du zu mir rübergehst. Nein, darf man nicht. Bro, weißt du, wie ein Diamant? Ich habe hier einfach ein Steak Dias. Was? Wie ist das denn so für Diamanten? Und was ist das? Ja, so. Ein Scherpen-Fünfbuch. Komm, ich brauche Level. Ein Scherpen-Fünfbuch. Ey, guck, was ich bekomme und ich kann es nicht mal abbauen, weil ich keine blöde Spitzhacke habe. Und Schneebälle. Mann, ich brauche eine Spitzhacke. Tja, du brauchst eine Spitzhacke, ne? Das ist natürlich doof. So, ich würde mich auch gerne holen, aber es geht leider nicht. Okay, hier kann ich riesig rausgraben. Dunkelheit. Oh, was kriege ich hier raus? Goldäpfel. Oh, was denn das? Ich bin nur ein Iglu. Ich habe einen Ofen ohne Crafting Bench. Nein, was kriegst du für coole Sachen? Okay, jetzt ist es erstmal. Ey, langsam ist das unfair. Aber das Problem ist, ich habe leider keine Dinge. Ich habe leider kein Holz. Das habe ich nicht, ne? Ach so, okay. Ich habe kein Holz. Also, ich überlege gerade, ob ich jetzt hier irgendwas machen kann gerade. Aber ich habe auch keine Crafting... Oh nein. Verdammt, ich habe kein Holz, Leute. Ey, du hängst voll hinterher da hinten, sag mal. Sieh mal zu. Du hängst eben selber hinterher. Immer mit der Ruhe, Kollege. Ja, aber jetzt bin ich... Ja, 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 das wäre gut. So, ich muss dir kurz überlegen. Oh. Nein. Zack. Guck mal hier. Ich habe Karma bekommen. Ich habe Larpis gerade bekommen, ne? Ich habe so Karma bekommen. Wieso? Weil ich auf der anderen Seite was abgebaut habe. Ein Lucky Block, dann ist das direkt so ein Ding, was mich killt. Die Haarschuhe. Was sind die Haarschuhe? Die haben das OP sind, Alter. Die haben alles. Fluch, dass ich verschwinden. Oh mein Gott, ich habe... Alter, Zombies. Zombies, Zombies, Aua. Ja, komm, killt ihn. Komm, out rein, out rein, out rein. Alter, meine Ausrüstung ist so krass, ne? So, ich gehe weiter jetzt hier. Du hast auf jeden Fall schon ein paar Lucky Blöcke, die ihr gegönnt. Ey, diese blöden Eisblöcke, die bringen doch gar nichts. Oh, was ist denn das für ein Schwert? Hä? Was hat das denn jetzt hier? Was sieht denn bekommen? Wozu auch immer? Das hat nur einen Hit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sklettermehl. Nochmal diese Boots. Sklettermehl, Sklettermehl. Lucky Boots. Komm schon, Leute, hier sind doch... Nein, sag nicht. Ich habe einen Bogen bekommen. Kraft 2. Nein, oh, das ist okay. Aber der ist fast kaputt. Der ist fast kaputt. Ja, die brauche ich. Okay, weiter geht es jetzt hier. Ja, schön. Ich brauche das Level. Ich brauche die Level. Das kann doch nicht sein. Gönn doch die Level. Ich habe so viele Level, Bro. Wieso gehe ich nicht ein Level hoch? Oh mein Gott, ich habe... Bogen. Oh mein Gott, ich habe das krasseste Schwert jemals. Nein, nein, nein. Wieso war das hier schwer? Wandschwert, Schärfe, 5, Verbrennung, 2, Halbocker, 3, Plündung, 3, Rückstoß, 2, Reparatur, 1. Oh mein Gott. Wieso hast du sowas krasses? Ich habe gerade das krasseste... Aua. Aua. Und ich habe einen krassen Bogen bekommen. Das krasseste Schwert der Welt gerade bekommen. Ich brauche nur einen Pfeil. Ich brauche nur einen Pfeil. Oh, hier ist wieder ein Dropper. Und noch mehr Diamanten. Nochmal acht Diamanten gerade bekommen. Runder hier. Aua. Oh mein Gott. Aua. Eisenerz, ganz viel. Ey, ich habe so viel Glück. Aua. So, zack. Alles einmal hier abbauen. Diese Spitzhacke, die ich habe, ne? Die ist einfach zu krank. Ich würde dir. Das ist OP mit deiner Spitzhacke. Die ist zu krank. Okay, ich gehe jetzt auch runter. So, kurz Karotte gönnen. Okay, ich bin jetzt wieder bei dir. Ich bin jetzt bei dir, direkt neben dir. Ja, ich arbeite dir schon weiter, ja. Ganz viel Schnee. Was haben wir hier noch? Oh, ich sage dir, meine Diashuze sind auch so gut, ne? Noch ein Skelett... Was bringt da ein Skelettschädel? Was bringt das überhaupt? Gar nichts. Das sind Maragdblöcke. Oh mein Gott, Alter. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Sag ich nicht. Guck mal hier in meiner Hand. Eine Spitzhacke, oder was ist das? Nein, ich habe ein Totem auf der Unscherbigkeit. Lol. Aber ich sage dir, das wird dir nichts bringen, das Totem. Das wird mir natürlich was bringen. Ne gute Diashuze. Oh, jetzt bin ich gleich full Diashuze. Oh mein Gott, ich habe ein Ding. Ich habe jetzt... Und Diashuze, jetzt bin ich full Diashuze. Let's go. Nein, als ob du jetzt noch einen Diashuze bekommen hast. Ja, Mann, wichtig. Was ist das? Was habe ich gerade bekommen? Ich habe eine Neverite-Spitzhacke gerade bekommen. Was auch immer die bringt. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, Ruferskelette. Ruferskelette, aua. Die könnte ich verzaubern, die könnte ich verzaubern mit. Ich bin vergiftet von Ruferskeletten. Also, ich habe jetzt noch einen zweiten Diashuze. Eine Spitzhacke. So, Knochenmehl mache ich mir jetzt hier raus. Ich würde meinen Diashuze traden. Was hast du im Angebot? Deinen Diashuze traden? Ich habe nichts im Angebot. Ich bin OP. Alter, du brauchst einen blöden Diashuze. Ich bin OP. Ey, ich habe so viele Sachen. Ab, Aunt, schnell. Wieso denn die gleiche Falle nochmal? Oh nein, bitte nicht. Jetzt sind wir wieder in dem blöden Gang. Nein, ganz viele Zombies. Oh mein Gott, aua. Ey, ich habe so ein krasses Schwert, Bro. Die sterben so schnell. Das ist unnormal. Alter, so. Oh mein Gott, aua. Und, oh mein Gott, einen schadeten Goldapfel. Ey, ich kriege hier nur Fallen. Was soll das? Das ist die siebte Falle jetzt, gefühlt in Folge. Oh Mann, schon wieder Skelette, Leute. Alter, mein Schwert, Bro. Du hast keine Chance. Du wirst keine Chance haben. Das ist so krass. Fühlig habe ich eine Chance. Hä, da ist noch ein Schwert. Was ist das jetzt so ein Schwert, Leute? Schärfe Dreischwert. Das kann ich ja wegwerfen. So, kann ich bei dem Typen irgendwas kaufen? So, guck mal. Ich brauche einen Villager. Wenn ich einen Villager bekomme, schon wieder ein Schwert. Was kann der mit dem Draiden? Creeperköpfe. Was auch immer die bringen. Was bringt der krasse Helm hier? So, ich gehe jetzt hier weiter. Besser als der Diab. Noch ein Stab. Hä? Ich habe immer noch keinen guten Helm. Okay, Jumbo Run, kein Problem. Einmal Fisch essen. Fisch essen jetzt wieder. Der war lecker. So, komm schon. Oh, ein entscheidendes Goldschwert mit Schärfe 4. Alter, mein Schwert ist so krass, ne? Mein Schwert ist so krass, Bro. Du wirst so drauf gehen gleich. Oh, was willst du, Alter? Du hast keine Chance. Oh, noch Schuhe. Die sind aber nicht so krass. Die werden weggeworfen. Haut mal ab hier, ihr blöden Kühe. Haut mal ab. Hey, das ist uns. Hey, warum mühst du nicht für Essen? Die sind voll gut für Essen. Oh, no, Bro. Was ist das denn? Aber guck dir an, wie krass meine Rüstung ist. Die hält das alles aus. Wie krass. Ja, ich bin jetzt diesmal schon wieder in so ein Dingens. Wieder eine Werkbank. Das Ding ist, es bringt gerade hier sehr wenig, was ich hier habe. Das ist das Problem. Ich mache mir jetzt einmal ganz kurz einen Eisenhelm, weil ich jetzt gerade noch keinen bekommen habe. Gerade leider. Das heißt, hier auf jeden Fall schon mal ein Dingens. Diamanthelm meine ich. Und der Rest wird jetzt hier wieder weggeworfen. Ich brauche so viel Milch gar nicht. So, Milch. Weg hier. Okay, warte. Ich grabe mich schon mal hier wieder runter. Ich sehe langsam hinten das Ende. Das kommt langsam. Das heißt, hier wird sich runtergegraben. So, schön runter, Bruder. Ich sage dir, das wird... Oh mein Gott. Das wird das krasseste... Ey, ich mache jetzt weiter. Das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig krasser Kampf. Und nochmals Zemaragd jetzt hier. So, und... Noch einmal Eisenklumpen. Ich sprint jetzt durch. Ich sage es dir, ich sprint jetzt durch. Ja, ich bin ja auch am durchspringen gerade. Ey, was ist das denn? Ich kriege hier immer nur Fallen, Bro. Du hast viel mehr Glück als ich die ganze Zeit. Aua, Falle. Gar nicht wahr. Wo bin ich? Wo bin ich? Hä? Hä, die sind Schleimblöcke. Wo kommen die denn her? Wo bin ich denn? Wieso bist du? Ich bin hier irgendwo drinnen in so einem komischen Teil. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du bist doch von mir. So, pass auf. Hier wieder aufmachen. Ey, was brauchst du dir auf meiner... Aua. Ah, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lave einfach hier. Das ist das krasseste, was geht. Ich bin gerade fast draufgegangen. Oh mein Gott, noch ein Schwert. Ist das krasser? Weg, ha, 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 ha. Oh Gott. Yo. Ey, Bro, du wirst keine Chance haben, ne? Mir fehlt ein Enchantment Table beim Villager. Alter, wo kommt der Gast her? Oh Gott. Hör doch mal auf jetzt. Das ist mir hier zu blöd. Ich laufe jetzt bis zum Ziel. Das ist mir hier zu blöd. Hä, wieso das denn? Nö, der killt mich auch gleich. Hä, der killt dich nicht. Alles entspannt. Natürlich, der schieß doch jetzt hier die ganze Zeit auf mich. Guck, es regnet. Was ist das denn für ein Block? Hä? Ich habe eine weiße Schulterkiste. Schulterkiste? Oh mein Gott, ich habe eine Kiste bekommen. Jetzt kann ich Sachen in die Kiste reinpacken. Ah wow, das bringt ja original gar nichts. Na klar. Was ist mit dem Helm hier? TNT! Oh, der Helm ist stark. Ja, endlich. Oh. Jetzt gehe ich hoffentlich mal drauf. Nix da. Alter, ich habe voll viele. Was kriege ich hier gerade alles? Hey, war nichts drin? TNT! Voll viel. Was ist das denn jetzt? Selbst schuld. Ich habe mega viel TNT gerade. Oh, hier so eine komischen Teile. Silberfische. Ja, wohl. Hau ab hier. Mach den alle. Nein, lasst mich, lasst mich. Mach den alle. Lass mich. Schalter nicht kaputt. Endlich. Oh mein Gott, Gift spinnen. Was soll Gift spinnen? Die sollen mal abhauen. Ja, los. Die sollen nicht beißen, die Gift spinnen. Die gehen zu dir rüber. Die gehen einige zu dir rüber. Was ist das denn? Mann, die greifen mich hier die ganze Zeit an. Aber das gibt schön... Okay, hier ist der... Oh mein Gott. Hier musst du einen vorsichtigen Sprung machen. Hier sieht es zum ersten Mal anders aus. Oh mein Gott, wir sind fast am Ende, Caspar. Okay, okay, okay. Ich mache hier einen vorsichtigen Sprung. Oh, du wirst... Nein! Ich konnte nicht mal springen. Mann. Ey, ich habe gerade außerdem ein Dia-Schwert runtergeworfen. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch. Das ist jetzt ja wohl nicht... Du hast dein Dia-Schwert runtergeworfen. Jetzt habe ich nur so ein doofes Eisenschwert, Alter. Ah! Selbstschuld. Ey, ich habe es außerdem runtergeworfen. Oh mein Gott, das ist die Battle-Arena schon. Okay, du willst es also, du willst es also. Du willst es also. Es geht los, es geht direkt los. Okay, es geht direkt los. Attacke, zack, 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 bam, 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 bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Caspar. Du denkst du auch, du drückst mir hier Schaden. Ja, denkst du auch, du drückst mir hier Schaden. Ey, ich brauchte das eine Schwert, das war wirklich richtig krass. Drücken wir uns überhaupt Schaden? Du hast mir doch nicht ein Herz abgezogen. Das war doch noch nicht ein Herz abgezogen. Ja, ich glaube, wir können uns gar keinen Schaden drücken wegen dieser krassen Rüstung. Nein, nein. Ey, mein Schwert macht bestimmt gar keinen Schaden aus. Komm mal her, Kollege. Mein Original-Schwert war richtig krass. Komm mal her, Kollege. Hast du überhaupt schon ein Herz abgezogen bekommen? Oh mein Gott, ja. Ja. Aua, oh mein Gott, ich auch grad. Nein. Ja. Nein. Ja, die Goldäpfel sind es bei mir. Oh mein Gott, was hast du denn geholfen worden? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Nein, ich dachte gerade, ich hatte das Totem. Mann, war ich dann ein Schwert mehr geworden. Ich hatte ein Eisenschwert. Selbstschuld. Ja, gewonnen. Das war so ein krasses Schwert, Leute. Ich hab gesagt, es tut mir echt leid. Ich hatte das ja, das Schwert. Du hast gesehen, wie krass das war. Ich war nicht mal gebraten. Ich hatte ein unnormales Schwert. Das war richtig crazy. Kaspar, ey, mach das nicht. Hier auf, lass das. Doch, doch. Ich hab nämlich mega Hunger. Ja, ich weiß sowas. Ich hab mega Hunger. Aber weißt du, wo wir richtig viel Essen heute bekommen könnten? Wo denn? Komm mal mit. Und zwar hier bei den Häusern. Alter. Was sind das für Hütten hier? Wir haben heute vier verschiedene Häuser. Ich weiß nicht, ihr habt sie gerade irgendwie gefunden. Da stehen noch so Sachen. Ja, okay. So seid vorsichtig. Es wird bouncy und ganz, ganz ruhig die Sachen. Okay, 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 okay. Ja, irgendwas kann man da drin machen. Das, sag ich dir, das könnte echt... Ich will da nicht rein. Ja, ich weiß. Also ich würde sagen, wir können ja mal hier in das aller, allererste Haus reingehen. Ja, okay. Du sagst da unten schon immer noch essen, ja? Ja, also da kriegen wir auf jeden Fall was zu essen. Das kriegen wir auf jeden Fall auch. Ja, für dich ein Steak, für dich ein Steak. Beim Essen bin ich auf jeden Fall immer dabei. Ein ganz normales Ruhe-Steak. Sei froh, dass du überhaupt was bekommen hast. Ja, dankeschön. Hey, nicht mit dem Häusernschwert. Okay, komm, weißt du was? Na gut. Wir gehen jetzt einfach rein in das Haus und dann mal gucken, Leute. Wem gehört das Haus überhaupt? Wem gehört das? Ich weiß nicht, die waren hier einfach so, ne? Das waren so vier verschiedene... Ich hab schon wieder Hunger, seh ich gerade. Ja, ja, warte denn hier. Kriegst du zurück, kannst du das Schwein nehmen. Okay, Leute. Ich weiß nicht, wo es jetzt hier hingeht. Es könnte... Aber ist das hier das Haus vom Weihnachtsmann oder was? Wohnt hier jemand oder wie? Oh mein Gott, was? Hä? Was ist das denn? Oh mein Gott. Da steht doch irgendwas. Okay, äh... Wie sollen wir denn jetzt hier rüberkommen? Oh Gott, wie sollen wir... Den schafft man nicht. Den schafft man nicht. Ja, den kann man nur in einem Rhythmus schaffen. Oh, was machst du? Nein! Was machst du denn? Oh, das war wohl der falsche Weg. Ich denke auch, dass das die falsche Option war. Also, ich glaube, ich bin nur nicht weit genug gesprungen. Okay, dann probier du mal jetzt aus. Oder muss man hier irgendwie rechts und links auf diese Kanten springen? Äh, kann gut sein, ja? Könnte gut sein. Weiß nicht. Ich mach mal einen Anlauf. Mach mal einen Anlauf. Mach mal einen Anlauf. Okay, okay. Okay, ich geb den Schubser. Oh! Ja! Ey, du Assi! Nein! Oh mein Gott! Eieinhalb Herzen! Oh mein Gott. Oh, okay, es geht. Komm, 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 komm. Oh, jetzt rein ins Wasser. Oh mein Gott. Ich hab dir sogar einen Schwung gegeben, ne? Du bist direkt drüber gekommen. Ja, danke, danke, danke. Jetzt brauch ich aber essen, weil ich hab nur noch zweieinhalb Herzen. Okay, vielleicht ist da was in der Kiste da vorne drin. Das könnte ja sein. Ich hoffe es, ich hoffe es. Also, ich hier erstmal... Ha! Also, echt? Oh Mann! Du hast nicht mehr den leichtesten Sprung geschafft, oder was? Ja, weil ich nicht mehr spritten konnte, glaube ich. Na komm schon, du schaffst das! Ja, ich musste jetzt mal auf dich warten. Okay. Okay, warte, warte. Okay, nee, jetzt... Oh, das glaube ich nicht. Das ist ja... Das kann nicht sein. Also, das... Oh mein Gott! Das kann nicht sein. Also, das sind die leichtesten Minecraft-Sprünge, ne? Ja, ich kann nicht sein. Wenn wir erstmal einen Parcours spielen, ne? Wir werden nämlich bald mal einen Parcours spielen. Oh, ja, ich hatte... Weißt du, was das Problem war? Jetzt... Aua, hör auf! Weißt du, was das Problem war? Was denn, was denn? Jetzt geht es auch. Ich hatte die falsche Sprint-Taste die ganze Zeit. Ah, okay. Hä, wir haben ja einfach gar keine Rüstung. Wir sollen jetzt hier ohne Rüstung gleich antreten. Warte, was steht da? Warte mal, was steht da? Hier kommst du wohl nicht durch. Hä, Tatsache, hier ist eine Eisenwand. Hä? Was soll da... Wie soll man denn jetzt da rauskommen? Äh... Was ist hier in der Kiste hier? Warte mal, was ist hier in der Kiste? Was ist das denn? Ist das Dynamit, oder was? Das sieht aus wie Dynamit, glaube ich, ne? Und jetzt? Oh mein Gott, ready steht da. Ready. Und jetzt? Oh mein Gott, ich kann jetzt. Oha. Was macht man? Wieso, was geht da? Wir turnieren. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh zurück, geh zurück. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh. Oh, da ist ein Creeper. Freigesprengt. Was? Oh mein Gott, da kommt ein Skelett. Nein. Kommt ein Skelett. Oh Gott. Mit dem... Au. Ja, ja. Au. 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 Das hat sich ins Feuer gefeuert. Au, ja, ja, okay, warte, das ist toll. Au ist kaputt, au ist kaputt. Oh, das ist richtig gut, das Skelett. Und der Hinsprung, so, ich bin jetzt zurück. Sehr gut, sehr gut. Oh, das Skelett ist jetzt aber weg, ne? Das Skelett ist weg. Oh mein Gott, ja, das ist durchgezogen. Wir haben hier sogar noch einen Detonator über. Ein TNT, aber über. Oh, der ist echt krass. Den können wir vielleicht gebrauchen für später oder so. Den können wir vielleicht gebrauchen. Okay, was haben wir hier? Ja. Ey, das ist... Oh Gott. Ich weiß, hier... Drück drauf. Okay, die Tür geht auf. Okay, der macht auf jetzt hier. Okay. Was haben wir jetzt hier? Essen! Was? Endlich! Und da, ist das ein Knopf? Oh mein Gott! Höh? Loll! Ich bin zurückge... Du hast mich zurückgesetzt. Ich wurde auch zurückgelebotiert. Oha. Ich hab gar nicht draufgedrückt. Du hast... Ich hab gar draufgedrückt. Du standst quasi auf dem Block drauf, ne? Ah, und jetzt sind wir zurück... Oh, du musst zu essen! Ich hab auch keine Waffelbecherung, nur diesen Detonator. Wir haben was zu essen. Wir haben was zu essen. Ey, wir machen den gleichen Tanz. Wir machen den gleichen Tanz. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, dann... Wow! Mal gucken, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt nämlich ein Haus, da steht... So ein Schleimhaus. Bouncy? Okay, ob wir da... Ja, wollen wir da reingehen, oder was? Du gehst vor, du gehst vor. Okay, ich geh vor. Oh Gott, was ist denn da unten? Oh Gott, oh Gott, ich hab Angst hier. Oh, ich... Ey! Du gehst vor, hast du gesagt! Oh Gott, ey, was? Oh Gott, hör auf, wie er es aus kaputt macht. Ey, ich brauche mir die Schleimlöcke aus dem Ding ab. Hör auf damit! Okay, warte. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ey! Ja! 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 Wow! Selbst schon! Wow! Ja! Okay, ich hab mich hier weggebaut. Oh mein Gott! Okay. Du hast mir geholfen. Was? Oh mein Gott! Ich brauche mal einen Apfel. Ich brauche mal einen Apfel. Oh nein. Oh nein, ich auch, ich auch, ich auch. Okay, und jetzt? Was ist jetzt hier? Äh, hier. Oh mein Gott! Wieso will das denn überleben? Ich glaube, an denen müssen wir, äh, ey. Können wir doch nicht einfach runterspringen und die runterschlagen in der Luft? Theoretisch ja. Theoretisch ja. Okay, pass auf, warte, beeilig. Oh mein Gott, schön gesprungen. Und bouncen! Oh! Ich schaff! Ey, der hat mich runtergehauen. Der hat mich runtergehauen. Los! Weiter bouncen, weiter bouncen. Bist du oben? Bist du oben? Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Ich kämpfe gegen die jetzt. Geh weg da, geh weg da. Ey! Au! Ich gehe das Skelett nach unten. Au! Warte schnell, 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 beeilig. Ich gehe nach oben am besten. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Okay, ich hole mir jetzt direkt den Apfel. Oh nein, das Skelett feuert sich auch auf mich. Es sieht, glaube ich, ja, es sieht gerade sicher aus. Au, es feuert auf mich. Jaja, komm nach oben wieder, hier ist eine Leiter. Also, nee, ich komme nicht mehr hoch, es wird voll schwer, weil das Skelett haucht nicht ab. So, warte. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich ein Herz. Das blöde Skelett hier. Mann! Ja, da kommt man nicht hoch. Alles auf mich gelockt. Ich warte hier oben auf dich. Okay, jetzt zweiter Besuch. Da bin ich wieder. Oh, boi, oi. Okay, okay, ich bin drüben. Ich bin drüben, Kassar. Nein, ich noch nicht. Oh Gott, hier sind gerade Zombies. Warte mal, hier sind Zombies. Hier hoch, hier hoch. Nicht auf mich schießen. Nicht auf mich schießen. Ich mache die gerade weg. Ich mache die gerade in der Zeit weg. Oh, hier sind auch irgendwelche. Sehr gut, sehr gut. Mach mal, mach mal. Ich bin hier, gehe gerade die Treppe nochmal hoch. Die sind zwei verschiedene Wege. Ich weiß nicht, wer ich mir gehen soll. Ich werde die mal... Ich probiere es auch nochmal. ...einen Weg runterzuschubsen dann. Buh! Was, er springt nicht mal einen Meter hoch. Er springt nicht mal einen Meter hoch. Du darfst ja nicht... Oh, komm. Bitte, bitte geh rein, Zombie. Bitte geh rein. Ich sehe gerade, dass das Skelett gegen den Zombie kämpft. Ich habe einen Zombie schon mal überlebt, Leute. Sehr gut, sehr gut. Und den Zweiten auch. Okay, ich warte jetzt hier auf dich. Hier sind nur ein paar Fledermäuse. Ich komme! Woppa! Ja! Nein! Nein, du musst mal mal probieren. Das war so knapp. Das war so knapp gerade. Oh Gott, ich probiere einen Zombie runterzuholen. Wo bist du, Kaspar? Wo bist du? Ich komme! Geronimo, hier! Nein! Hast du geschafft? Nein! Ey, was? So knapp. Sind doch meine Hand! Mann, das ist die ganze Zeit so knapp. Okay, warte mal. So, ich mache jetzt hier nur meine Schleifung auch nicht hin. Also du kannst jetzt, ich habe jetzt den Weg freigemacht. Hier sind auch keine Monster mehr, ne? Du schaffst das. Ich glaube an dich. Sehr gut, ich gehe hoch. Jetzt komme ich! Ja, wo denn? Und boom! Ja! Oh mein Gott, was? Oha! Endlich! Sehr gut. Wir haben jetzt... Alter, was? Der Lava-Weg. Oh, wir bauen es hier voll. Der Lava-Weg oder der Wasser-Weg. Ähm... Dann würde ich auf jeden Fall sagen, lieber der Wasser-Weg, oder? Ja, ja. Lava... Ich glaube, Lava ist nicht wirklich das Beste, ne? Ey, auf damit! Geh rein, da kommt! Ja! Okay, ich komme hinter dir her. Nein! Oh mein Gott, geh nicht, geh nicht, geh nicht! Was? Nein! Das war ein Bait! Als ob! Oh Gott, ich glaube, das war der falsche Weg, Kasper, ne? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das war der falsche Weg. Oder musste man sich da irgendwo festhalten am Wasser, ne? Ich gehe da nicht nochmal runter. Das ist, äh... Ich denke mal der Lava-Weg, ne? Okay, also sagst du lieber der Lava-Weg, ne? Oh! Nein, geh nicht, geh nicht! Oh, doch, 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 doch! Was, okay. Oh Gott, was ist das? Okay, was haben wir jetzt hier? Ich höre schon ganz viele Zombies. Eine Laser-Rifal? Oh mein Gott, die sieht krass aus! Okay, ich will... Ich will ein bisschen... Warte, 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 warte. Was ist denn? Oh, was machst du denn? Schieß! Oh mein Gott, was? Oh, was? Noch mehr! Oh, oh, hinter dir, hinter dir! Aua! Du hast mich angeschossen! Ich hab dich getroffen, das tut mir leid. Ja, du hast mich getroffen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind hier, Alter? Das ist Teil, sag mal, so eine Laser-Rifal. Ey, das sieht echt... Das war echt grad schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber guck mal, ich ist ein bisschen asymmetrisch mit der Tür. Okay, jetzt müssen wir hier... Ah, das ist noch ein Zombie. Pass auf, das ist wahrscheinlich richtig krass, ne? Hä? Was ist mit dem? Mach auf, mach auf, komm. Komm, du pass auf, ich schiefe. Mach nochmal auf. Und los! Ja! Ja! Okay, okay, okay. Sehr gut! Und rein hier! Was ist das jetzt hier? Zwei Goldäpfel! Oh mein Gott! Okay, sehr gut. Ja, sehr schön, Samarie. Hey, ich will die Knochen gar nicht an. Ich bin jetzt einfach wieder so zurück, ja. Jetzt sind wir weiter... Ja, jetzt bist du auch zurück. Alter, okay. Das war anscheinend das bountige Haus, ne? Das ging aber noch. Das waren bis jetzt noch nicht so crazy Sachen, ne? Aber ich fand das schon schwer, muss ich sagen. Also jetzt will ich gar nicht wissen, was hier in so einem Diablattenhaus drin ist. Stell dich auf etwas Großes ein. Was Großes? Boah, ist denn eigentlich das Schwul her? Hey! Die hab ich gefunden von dem Zombie eben. Ja, okay, okay, okay. Dann, ich würde sagen, ich bin auch darauf gespannt. Okay, wir gehen rein jetzt hier, mal gucken. Oh Gott, ey, was machst du mit dem letzten Zombie? Oh Gott, nein! Ey, unglaublich, ey. Das ist ja unglaublich. Komm, du darfst es auch einfach machen. Du darfst es auch einfach machen. Na komm. Oh, Zombie! Alter, in der Luft mit dem Trickshot. In der Luft mit dem Trickshot hab ich den weggeholt. Oh Gott, vor uns, vor uns, vor uns. Oh Gott, ist es da vor uns? Ne, warte mal, die kommen noch nicht rüber. Guck mal. Ha, 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 ha. Ja, Sekunde, guck mal, ha, ha, ihr Zombies. Hier bin ich, hier bin ich. Hey, du springst mit den Dinger in die Hüft? Kannst du mit den in der Luft springen, mit den Teilen? Hä, kann ich mit den höher springen? Irgendwie schon, du kannst mit den höher springen. Guck mal. Warte mal, das ist... Ja, stimmt, du hast recht. Dann komm ich doch hier eigentlich rübergesprungen, oder nicht? Äh, weiß ich nicht. Das könnte ich schaffen. Wir müssen anscheinend hier vorbeigehen, ne? Warte mal, ich geh jetzt mal ganz kurz... Oh, mit den Slide führen. Okay, geh du mal ruhig ein. Ich mach mal zu hinter dir. Ich hau die Zombies mal weg mit der Laserkanone. Okay, hau die mal weg jetzt hier. Mal gucken. Boom! Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Wohnen anscheinend hat mega Laser gelasert. Das Problem ist, wenn ich das nicht schaffe, dann brenne ich, ne? Ja, ich geh auch hier durch die Tür einfach durch. Ich geh auch einfach durch die Tür durch. Das ist, glaub ich, am entspanntesten. Alter, was? Wir haben jetzt grad einfach die Errüstung, Leute. Ich seh es gerade. Ja! So, so. Ja! So, sehr schön. Und jetzt können wir die Dings, was haben wir hier drin? Oh, Diamantschwerter. Oh, ja! Okay, aber warte mal, dann ist er wahrscheinlich dahinter jetzt irgendwas richtig, richtig heftiges, oder so, ne? Stimmt, das Haus, da scheint doch irgendwas, mich erwarten, was Großes, oder so. Oh nein. Let's go hoch machen! Oh mein Gott! Was ist denn das? Was ist das? Das ist so ein wirklich großes Monster. Oh, er hat dich gesehen! Was macht er da? Oh nein, 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 nein! Er greift an, er greift an, er greift an! Okay, warte mal, wir haben noch unser... Aua, sorry, das hat sich nicht getroffen. Oh mein Gott. Warte, ich glaub, warte mal, der hat doch so ein Dia-Schwert hinten drin, ne? Stimmt! Oh Gott. Warte mal. Du hast so ein Gold-Abfüll drin, ne? Du hast so ein Gold-Abfüll, Gold-Abfüll, gold-Abfüll. Ja, ja, wichtig. Oh mein Gott! Was war das denn mit einer Attacke? Der hat grad die ganzen Dia-Blöcke nach oben gemacht. Ich hab' egal, guck mal, wie ich den Schaden nicht nur gemacht hab' Ahhhh, was, ich bin fast tot! Oh mein Gott, schnell, man macht ihm gar keinen Schaden, weil er eine Rüstung anhat! Goldapfel, ich hab' Goldapfel! Man macht ihm gar keinen Schaden! Oh! Warte, kann man nicht rauskriegen? Vielleicht mit der Lancer keine ohne machen wir keinen Schaden! Was? Okay, wir müssen... Nein, was hat er für eine krasse Rüstung? Ich glaub, schießt, mach dich deine Waffe weg! Ja, wir müssen hinten, glaub ich, angreifen, da wo das Schwert ist, glaub ich, ne? Ah, von hinten? Ah, warte mal, ich greife an! Au! Oh mein Gott! Ja, geht das? Von hinten, von hinten, oder was? Okay, Angriff! Ah, die Axt hängt halt! Bam! Ja! Oh mein Gott, sehr schön, sehr schön! Aua! Ey, passt auf, passt auf! Der macht aber gut Schaden, der macht aber gut Schaden! Der macht gut Schaden, ich weiß, das muss mehr an A gehen und dann wieder weg! Hier, ich lock ihn an! Jetzt, 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 jetzt! Und? Ah! Oh, warte! Oh mein Gott! Der hängt wieder mit dem Axt im Boden! Hau mich kaputt! Oh mein Gott! Ich lock ihn, ich lock ihn wieder, ich lock ihn wieder! Jetzt! Oh mein Gott, der hat mich auch gekillt! Jetzt, 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 jetzt! Der hängt fest, oder? Nein, doch nicht! Nein, doch nicht, doch nicht, doch nicht! Oh, der geht noch mich! Ich will wissen, wenn ich jetzt gleich mit der Pistole gegenschieße, ne? Das können die wahrscheinlich direkt... Jetzt! Jetzt! Bam, bam, bam! Nein, er hat mich gekillt! Oh, oh! Warte, es hat grad richtig fett Leben abgezogen! Nein, er hat mich gekillt! Komm schnell her und hol deine Sachen, dein Grabstein ist hier! Warte, ich komm, ich komm, ich komm! Eng, fest im Boden! Ich ess was tot, ess was tot, komm schnell her, beeil dich! Au! Bin wieder da! Du schnappst deinen Grabstein schnell, ich lenke ihn ab! Schnell, schnell, schnell! Hab alles, hab alles, hab alles! Er braucht noch einen Hit oder so, braucht er, ne? Komm schon, traulich, ja? Traulich! Oh, jetzt, jetzt! Hau ihn! Hau ihn, Kaspar! Ja! Ich hab ihn! Oh mein Gott! Was passiert mit ihm? Alter! Was ist denn jetzt los? Was ist mit ihm grad passiert? Haben wir grad was bekommen? Da war was! Ich hab die Axt von dem bekommen! Zeig mal, zeig mal! Und, äh, sein Helm! Guck mal! Ja! Wie sieht der denn aus? Alter, und die Axt, guck mal die Axt an! Oh mein Gott, ist die... Aua, hör auf! Ist die stark? Oh, ich kann's sogar so machen! Guck mal! Ja, die ist mega stark! Au, jetzt hör mal auf hier! Guck mal! Ja, es tut mir leid! Was haben wir da drin? Ganz viele Dias! Oh, Diamanten! Alle mitnehmen, Kaspar! LOL! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Und, ja, korrekt! Ah, jetzt ich auch! Okay, warte mal! Ich muss ganz kurz hier gucken! Meine Äpfel, die hab ich auch! So, das kommt weg jetzt hier! Das bräunig, das bräunig, das bräunig! Ja, siehste! Läuft doch! Alter, ich hab hier, guck dir's mal an! Die komplette fette Axt grad von denen, ne? Alter, okay, okay, komm! Wir gehen weiter hier ins nächste Haus! Was steht da oben? Das da ran, so, okay! Hier würde ich nicht reingehen wollen! Oh nein! Wieso? Was könnte das jetzt für ein Gegner sein? Das ist gerade die Frage! Gar kein Gegner wahrscheinlich! Oder nicht, dass da irgendwelche geheimen Fallen sind! Das könnte auch sein! Oh, okay, okay, okay! Jetzt bin ich gespannt! Dann machen wir jetzt hier auf! Und, äh... Oh Gott! Oh Gott! Vorsichtig, vorsichtig jetzt hier die Treppe! Er muss ganz vorsichtig runtergehen, ne? Oh, was ist denn hier?! Komm runter, komm runter! Äh... Oh! Gefangene Villager! Ja! Ey, das ist Stewie! Mein Kollege! Stewie hält das aus! Was geht?! Befrei dich! Oh! Aua! Warte mal! Soll Stewie nicht hauen! Bam! Bam! Hau Stewie nicht! Ich hau dich gleich mit der Axt der tausend Dinger, ne? Hör auf jetzt! Und zack! Warte! Und boom! Nicht betreten steht hier! Wieso, was steht da? Nicht betreten? Nicht betreten? Aber warte mal, können die vielleicht uns irgendwas geben? Wir haben doch Sachen halt eben bekommen, Diamanten! Warum hau ich die? Ja, weil du killst die hier! Wahrscheinlich wollen die uns jetzt noch was geben! Merkst du selber, oder was? Äh... Ich guck jetzt mal grad hier, äh... So... Nein, die wollen uns gar nichts geben! Da! Hat der... Ah, ich hab grad Leder weggeworfen, wir haben die Emeralds oder so bekommen, ne? Aber hier aufmachen können wir nicht, ne? Ich versteh's grad, ja! Okay! Dann, äh... Gehen wir mal weiter bei den Emeralds! Nicht betreten! Ich hab Resistenz und Feuerresistenz dadurch bekommen! Ja, vom Goldopfel wahrscheinlich! Also ich hab hier noch so... Hier ist so ein Hebel, siehst du den? Ja, ja, okay! Ähm... Wollen wir den umlegen, oder nicht? Wir legen den Hebel nur um... Oh Gott! Hä? Oh Gott, da können wir durch... Oh Gott! Ach, das war schon offen! Hier! Ach, lol! Was ist das? Hä? 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 Gar nichts! Was der Hebel jetzt grad macht? Also das weiß ich auf jeden Fall jetzt auch nicht... Weiß ich auch nicht! Was steht hier? Aufzug, aufzug, aufzug! Nicht drücken! Hier ist irgendwas... Oh, TFG, Arm und Nuklear Power oder sowas, ne? Hä? Hä? Nimm die Waffe... LOL! So ein Laser... Was ist das denn? So ein Atomwaffe, oder was? Alter! Das sieht ja richtig crazy aus! Alter! Hä? Und was, wenn wir jetzt hier auf den Knopf darauf drücken? Äh... Oh! Oh mein Gott! Nein! Was ist das denn? Äh... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte mal, lass mal ganz kurz die Zombies holen! Pass auf, die Zombies, die Zombies! Das Ding kommt! Oh mein Gott! Was ist das denn? Lauf! Ich bin gestunnt! Hilfe! Schieß es ab! Schieß es ab! Schieß es ab! Wir haben es! Haben wir es? Haben wir es? Ich glaube ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, mit der Atomwaffe direkt geholt! Alter, es hat mich grad fast geholt, das Ding! Da liegt irgendwas! Da lag was! Was ist das denn? Was hast du bekommen? Hier, Eiskristall! Wie Eiskristall? Oh mein Gott! Spiel machen wir mal! Ich kann dich damit verzaubern! Warte mal! Ehrlich? Kannst du das? Oh, ich kann dich einflieren! Aua, aua, aua! Stopp, stopp, stopp! Das macht... Aua! Ich kann mich einfach einflieren! Und hast du noch irgendwas anderes bekommen? Ne, das war's! Nur ein Eiskristall! Alter, der war ja richtig fett, das Monster! Alter Junge! Hä? Okay, warte mal! Jetzt geht's hier aber noch weiter! Was ist da hinten jetzt? Was glaubst du, du hast das Monster bewacht? Du musst ja irgendwas krasses bewacht haben! Du musst irgendwas richtig krasses bewacht haben, ne? Okay, mal gucken! Und... Oh, ganz viel Kuchen! Yes! Davon rede ich doch! So viel essen, wie es geht, ne? Das schreit doch jetzt nach einem PvP-Kampf, oder nicht? Schön, jetzt kannst du Kuchen essen! PvP-Kampf, wenn du verlierst... Ich würde sagen, 1 gegen 1! Los geht's! Aua! 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 Du bist weg gerade! Kraft der Eiskristalle! Bamm, 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 bamm! Ich werde mir hier ganzes durchbauen, Leute! Oh nein! Ich muss nachladen! Okay, Sekunde! Wo bist du? Ah! Ich hol euch die Axt raus, ne? Wenn's sein muss, hol ich die Axt raus! Ja, okay, okay, okay! Komm doch, komm doch! Was willst du, hä? Was trägt, dass ich noch einen Apfel? Ich pflanze! Komm, Schwerterkampf! Schwerterkampf! Schwerterkampf willst du? Okay! Ja, okay, komm! Hey, die haben gesagt, Schwerterkampf! Okay, warte, ich komm rüber! Ich komm rüber! Nee, jetzt nicht mehr! Nee, jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr! Schwerterkampf! Trau dich! Nein! Schwerterkampf! Ich trau mich hier gar nicht! Trau dich! Sag mal! Bamm, 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 bamm! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bruder! Ich hatte ein halbes Herz! Ja! Da haben wir ihn geholt, Leute! Nicht schlecht! Verdammt! Hahaha! Was geht ab, Kasper? Ja! Was geht? Hallo! Guck mal, wir sind heute, wie du schon leicht erkennen kannst vielleicht, in einer etwas anderen Welt, Bro! Und zwar haben wir heute Lucky Eggs am Start, ne? Lucky Eggs? Was soll das denn sein? Das gibt's doch gar nicht, oder was? Guck mal, das Ding ist, hier sind solche Hühnchen, die haben anscheinend irgendwelche besondere Sachen zu essen bekommen. Was gibst du denen für Futter? Ja, ganz spezielles Lucky Futter auf jeden Fall! Okay! Und wenn die dann nicht Eier legen, dann werden die zu Lucky Eggs! Das ist richtig krass, oder? Was? Lucky Eggs? Haben wir noch nie gehört. Wie sieht sowas aus? Zeig mal her, wie so ein Ei aussieht. Ich zeig dir mal ganz kurz ein Beispiel. Hier ist zum Beispiel eine Kisse. Ich zeig dir mal so ein Beispiel. Die liegen auch hier überall rum, ne? So, ich nehme jetzt mal ganz kurz hier ein, äh, oder ja, so ein paar Lucky Eggs. Pass auf, ich nehme jetzt mal ganz kurz das Ei und ich werfe jetzt mal hier in die Luft. Oh mein Gott! Was ist das denn für ein Zeichen? Pass auf, pass auf! Pass auf, pass auf! Da steht doch ein Blitz ein! Wow! Was ist denn das für ein Lucky Egg? Du meinst du eher an Lucky Egg, oder was? Das bringt ja gar kein Glück. Du meinst du eher an Lucky Egg, oder was? Das bringt ja gar kein Glück. Etwas an Lucky, du hast recht. Ja, ey, das war ja grad, alter! Oh mein Gott! Creeper! Das sieht aus wie ein Creeper-Eye! Oh nein! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die gehen ja nur weg! Nein! Mann, geh weg da! Bist du drauf gegangen? Nein, nein, alles gut. Pass auf, Kaspar, lauf weg! Lauf weg! Oh mein Gott! 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 Nochmal, nochmal, nochmal! Kommt der hier! Was wollt ihr? Erstmal ganz kurz hier! Ja, okay, da wurde es geholt! Du arme Socke! Au! Nicht schlimm, nicht schlimm! So, hier nochmal! Das Ding ist, es gibt ja auch Kisten, da sind aber zum Beispiel auch keine Lucky Blocks, sondern es ist halt auch hier so ein rohes Fleisch, oder so. Lucky Eggs, okay! Panzersachen und sowas! Also, warte mal, zeig mal her, der überhaupt das macht! Hier liegt ein Ei! Hier liegt ein Lucky Egg! Okay, warte! Alter! Wow! Jau! Da sind glaube ich gerade ein paar Lucky Eggs rausge- Aua! Eierschlag! Eich nicht? Eierschlag! Hier liegen auf jeden Fall richtig komische- Ey, ich brauche ein bisschen Dinge jetzt, ich brauche ein bisschen was zu essen. Und zwar, lass mal kurz schauen, ob wir was zu essen hier bekommen. Hier ist ein Hühnersporn. Ja, ist doch eine Hühnerfarme, hier gibt es doch bestimmt was Leckeres zu essen. Ja, vielleicht liegt ja hier Hühnchen. Oh, wir haben Erfahrungsfläschen und Brot! Okay, und Erfahrungsfläschen. Ich spawn dir mal ein paar mehr Hühnchen hier rein. So, kommen da welche raus? Ja, eins! Okay, nein! Genau, pass auf, pass auf, pass auf! Lass mal schon mal das nächste Lucky Egg wieder rausfeuern, okay? Ja! Ich werde jetzt mal ganz kurz in die Luft, mal gucken! Wow! Oh mein Gott! Throw me a bone! Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott, pass auf, pass auf, pass auf! Was? Oh mein Gott! Achso, das sind Hunde! Oh mein Gott! Ich glaube wir müssen irgendwie Knochen geben oder sowas, ne? Ja, ich denke auch, aber sowas habe ich jetzt nicht. Oh, wir haben noch mehr Brot! Machen wir mal einen kurzen Test! Ich schmeiß noch mal eins hoch hier und... Okay! Oh mein Gott, das ist ein Frenzy? Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Wow! Nein! Nein! Meine Hühner! Hey! Aber die Drop... Warte, was? Hä? Die Hühner haben gewonnen? Nein! Die Hühner haben die Hunde getötet! Ähm... Stefan, du hast das im Haus gezündet. Hör auf jetzt mit den Eiern. Oh nein. Was hast du gemacht? Ich habe auch den eins auf den Boden geworfen. Was hast du gemacht? Wir sind krasse Skelette. Das war so ein Skelettei. Wir müssen irgendwie schnell... Nein, Baum. Hey, Kaspar, was hast du getan? Oh nein. Was hast du getan? So, dann... Was hast du jetzt geworfen, oder was? Ich habe gerade eins geworfen. Minecraft für Ameisen stand da, aber ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Oh mein Gott, das wäre eine Shrink... Hast du eine Shrink-Potion bekommen, oder sowas? Oh mein Gott, was hast du mit dem Hühnchen gemacht? Was? Was hast du getan? Oh nein, das kommt dann nicht mal rüber. Das arme Teil. Hier ist noch ein Lucky Egg gewesen. Alter, guck mal. Das arme kleine Hühnchen. Ich wünsche, ich hätte es aufs Dich geworfen. Oh mein Gott. Oh, goldes... Goldapfel. Ich habe eine Goldschaufel bekommen. Ich auch mit Haltbarkeit. Mit Haltbarkeit. Okay, warte mal, lasst mal her. Wo ist das Baby-Hühnchen? Wo ist das Baby-Hühnchen? Wo ist das Gekillt? Da habe ich nicht. Ich habe es nicht gekillt. Du musst hier doch irgendwo... Da steckt sich wahrscheinlich irgendwo gerade, ne? Oh mein Gott, was ist das? Ist das? Nicht öffnen, steht da. Wie nicht öffnen? Was? Oh mein Gott! Nein! Nein, die Killen, unsere Hühnchen! Nein, nein, nein. Nein, angreifen, angreifen! Wo laufen die hin? Was machen die da unten? Warte. Da war das Baby-Hühnchen, glaube ich. ich habe ihn ich habe alles gut lassen wir vorhin gehen weil davor ist ja ich würde mich interessieren was in diesem haus da vorne ist okay was aber ich habe sogar eine glücksschmutzhacke ich werde jetzt mal ganz kurz ein ei ins haus rein naja ich habe etwas klein gemacht oder das dach alter holt sie dir holt sie dir schnell ich baue hier zu bau 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 zu nein die sauen die sind raus sie sind raus jetzt also ich okay lauf weg lauf weg lauf weg lauf weg ich war jetzt hoch guck hin mega kuh was das hühnchen hier ich werde jetzt alles nächste lager in die luft online katzenattacke was ist das die kuh ist voll am durchdrehen die kuh hat die kleine katze geholt ja mal die kuh greift einfach an guck mal was oder nach vorne noch die skelette ich weiß nächste gegen das große huhn pass auf okay was ist das nein was machst du das waren zwei hintereinander das bringt pech los kuh greif an warum macht jetzt weil ich noch ein ding war ja ja die kuh killt alle ja hast du das gesehen auch nein nein okay müssen wir müssen weglaufen was war müssen weglaufen hier du willst so ein 1 gegen 1 mit den lucky ex da ab so ein ding willst du also machen ja wir können auch eins gegen eins machen ich sage ich jetzt hier gerade in ein anderes haus rein wo noch sich verrückt ihre lucky ex befinden mein gott alter okay ich habe jetzt gerade extrem hier ein bisschen holz und viermal steak habe ich bekommen das schmeckt vielleicht gut ich habe auch gute sachen bekommen ich habe auch gute sachen bekommen bist du hier was was hast du gemacht ich habe gar nichts gemacht was hast du gemacht oh mein gott ist noch mehr erfahrungsflaschen und sowas okay ich komme jetzt kurz wieder runter also ich habe jetzt hier ja oh nein die entziehen oh das schwein das schwein nein das schweinchen ich weiß auch eins um das ist das was ist das wie ambos alter okay weil ich habe jetzt ganz ganz so das hühnchen davon drauf giga tnt wie jetzt ja voll grün das ist echt voll grün das kann das was 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 hat das denn gerade gemacht das hat uns voll aus dem leben gerissen da brennt alles ja aber geht schon wieder aus das ganze hühnchen das ganze hühnchen ist weg okay irgendwo müssen meine auch liegen danke das ist ein meiner gewesen so ok ich weiß ein ei hoch und oh mein gott aua bro und die mega kuh die mega der bäume auf dich geworfen oh mein gott mega tnt wieder pass auf weg gold member und ein hast du hast du hast wieder geworfen diesmal kamen ganz viele creeper aus dem ding raus jetzt okay pass auf rein los doch ja du brauchst gar nicht abhauen kollege ich triff meinen blitz alter aua der blitz war echt extrem doll ne hey warum regeneriere ich nicht was war das das war so eine büffel alter guck mal die kämpfe noch nicht sogar nein hilfe kasper ich geh drauf ich würde sagen wir machen so eine kleine eierschlacht ok 1 ok irgendwo irgendwo wo wir nicht auch gott ich sterbe oh mein gott halbes herz ich habe auch noch schaden bekommen wird es ein erdhaus du willst also ein 1 gegen 1 hat damit kollege oh mein gott oh mein gott oder was ist das passiert hier was echt ich bin komplett ich sehe nichts mehr gerade ich sehe ich nicht mehr alles jetzt sehe ich jetzt sehe ich was meine eier sind weg ja ich weiß da stimmt er tanzt was baumst du da gerade alles da passiert irgendwas baum dann hast du da eben jetzt da ist das ein villager was machst du da ich weiß nicht was du meinst du willst wirklich stress ich bin fast da oben oh mein gott das ist zero gravity oh mein gott ich komme ich fliege hoch wo bist du denn wo bist du denn wo bist du denn wo bist du denn ich bin in der luft hier oben warum denn hilfe ich sehe dich da unten warte ich fliege hoch da wegen keiner keiner gravität siehst du mich ich bin über dir da hast du wohl verloren das ist das Video gewesen meine Freunde wenn ihr auch noch mehr sehen möchtet lasst gerne ein Like und Abo da checkt euch einfach hier das Video aus einfach draufklicken und habt da rein Leute bis morgen tschau tschau